Heute sind wir zurück zu einem neuen Video, heute spielen wir nämlich den Clicking Simulator. Welch ein Spiel ist, wo wir wahrscheinlich klicken werden. Ich weiß auch nicht wieso, aber momentan ist es einer der meisten Spiele der Roblox. Es spielen momentan 10.000 Leute ungefähr, was schon eine ziemlich große Menge ist. Wenn ich das Roblox-Spiel erstellen würde und das Spiel 10.000 Leute, dann wäre ich ziemlich glücklich. Ah ja, und falls du dich unkostens abonnierst, dann wirst du in deinem Leben nie was Gutes können, außer zu klicken. Leute, ich denke mir das nicht aus. Falls du das nächste Mal Roblox einkaufen solltest, kannst du meinen Creator-Code Danny eingeben. Dadurch bekomme ich 5% des Kaufs ab. Also danke für deine Unterstützung und viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, wir sind zurück hier bei Roblox und ich habe das Spiel gestartet und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber hier ist ein Clicker, okay. Ich klicke drauf und dann, okay, ich sehe schon. Ja, das ist interessant, Leute. Also ich klicke einfach drauf und ich bekomme Klicks. Okay, interessant. Ich habe noch Roblox, aber nicht vergessen, Leute. Die könnte ich ausgeben auf jeden Fall. Dann gibt es da Welten, so wie es aussieht. Und ich habe auch Gems hier. Okay, Enchant. Wir können irgendwas verzaubern, wenn wir wollen. Okay, ich habe nicht genug Gems, um irgendwas zu enchanten. Ich verstehe. Okay, ähm, ah, hier, ich sehe schon. Warte mal, mein Handy klingelt kurz. Das ist meine Drohung wahrscheinlich. Hallo? Alles klar. Okay, tschüss. Okay, Leute, mir wurde gesagt, die kommen morgen an. Bis morgen warten. Okay, also wir können, wir haben Klicks. Und wir können mit den Klicks quasi hier Eier kaufen. Jetzt verstehe ich. Okay, dann öffnen wir mal ein Ei. Was? Ich habe nicht genug Klicks? Das ist ein Scherz. Bro, willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen, was? Also 75.000 steht da. Jetzt verstehe ich, Leute. Ich habe nur 200 ungefähr. Also 500 für das nächste. Dann gibt es da Workers. Ah, Leute, die für mich arbeiten. Und da hinten waren noch andere Welten, so wie es aussieht. Okay, Upgrade Capacity. Collect. Ähm, Collect? Okay, Upgrade. Kann ich irgendwas upgraden? Kostet 250 Klicks. Okay, warte mal. Ich klicke noch ein paar Mal, Leute. Was bringt das denn überhaupt? Upgrade Capacity, wenn ich jetzt klicke. Oh, jetzt habe ich... Ah, okay. Okay, jetzt habe ich alle meine Klicks weggemacht, Leute. Na super, Alter. Ist das jetzt ein Scherz? Was ist das jetzt hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich schließe es mal erstmal, Leute. Interessant auf jeden Fall. Okay, was können wir eigentlich jetzt wohl in den Vulkan rein? Lass mal sehen, Leute. Ähm, wir können... Eine Million Klicks, Alter. Ist das ein Scherz? So viel? Eine Billionen. Und 10 Trillionen, Bro. Ich muss schon wieder los. Ohne Scheiß, Alter. Die wollen echt viele haben. Okay, dann wollen wir erstmal das nächste Tiefchen bekommen. Ich habe ein bisschen gespuckt, Leute. Ich habe ja nicht gegessen. Naja, auf jeden Fall werde ich mal 500 Klicks holen. Was natürlich eine Zeit lang dauern kann, auf jeden Fall, bis die da sind. Aber ich denke, ehrlich gesagt... Warte mal, kann man automatisch klicken holen? Dass er automatisch klickt irgendwo? Oh, hier gibt es Tierchen. Okay. Ah, da kann man hier Rebirth. Und da gibt es allgemein auch viel mehr Klicks. 2500 Klicks. Da bekommt man viel mehr. Okay, aber Shop. Hier haben wir Shop. Auto-Klicker. Yes, Leute. Let's go. Wir holen den, Leute. Natürlich hole ich den sofort. Ich meine, wer bin ich denn? Auto-Rebirth. Ja, lass mal machen, Leute. Auto-Rebirth. Klingt geil, Leute. Zweimal so viele Klicks. Das wäre natürlich auch ziemlich episch. Holen wir definitiv auch, Leute. Jetzt werden wieder Robots. Das gebe ich ja wieder länger her, ne? 400. Okay, brauchen wir erstmal nichts zu holen, Leute. Ich werde erstmal Auto-Klicker anmachen. Auto-Rebirth ebenfalls anmachen. Oh, oh mein Gott. Wie schnell geht das bitte? Let's go, Alter. Und jetzt, Leute, können wir uns das hier holen? Und hier Rebirth. Ein Rebirth. Das ist so crazy, ne? Alter, let's go, let's go. Jetzt geht es so schnell, Leute. Ich liebe es. Okay, ich glaube, die Tierchen, die geben uns mehr Klicks, oder? Habe ich ihn jetzt equipped? Ich bin mir doch nicht sicher. Ich glaube, er ist jetzt equipped, ne? Was gibt er mir genau dazu? Gibt er mir mehr Klicks, oder? Ich meine, ich sehe nicht wirklich, was er tut, Leute. Ich habe botwörtlich keine Ahnung, was er tut. Ich bin ganz ehrlich, Leute. Ich habe keinen Plan. Du siehst cool aus, aber auf jeden Fall. Du siehst aus, würdest du mich mögen. Und das tun nicht viele, Leute. Also vielen Dank dafür. Fünf Rebirths. Kann ich sie haben? Nein. Ich kann einen Rebirth aber holen, oder? Okay, fünf Rebirths ist geholt. Obwohl, ein Rebirth. Ah, jetzt haben wir jetzt gerebirtht. Ach so, 5000 Klicks dafür und 25.000 brauche ich dafür. Dann machen wir erstmal einen Rebirth, Leute. Das sollte ganz geil sein, Leute. Das sollte ziemlich episch sein. Da gibt es noch mehr. 15 Rebirths, 50 Rebirths, 100. Alter, so viele, ne? Das ist so crazy. Erstmal machen wir einen, auf jeden Fall. Ey, ich mag das Spiel. Das ist mega gut, Leute. Ist echt mega geil. Oh, holen wir mal hier ein Ei. Kann ich? Äh, 1000 Klicks. Hallo? Äh, wie geht es gerade nicht, Leute? Ich habe nicht genug Klicks, steht da. Okay. Dann holen wir eben halt noch so ein Ei, Leute. Was soll's? Die wollen es halt so eben. Dann mache ich es halt eben so. Also, lass mal sehen. Wieder ein Hund. Ich meine, ich werde die natürlich wieder equippen. Keine Frage. Aber ich weiß wirklich nicht, ob die so gut sind oder nicht. Weil ich sehe die Statistik nicht. Aber ich gehe mal davon aus, die geben uns mehr Klicks. Weil, was denn sonst? Und wir bekommen auch ziemlich viele Gems. Oh, ich habe gereburft, Leute. Ne, wir werden das mal so oft reburfen, bis ich easy peasy an 25.000 komme. Und? Warte mal. Wir brauchen 10.000 diesmal für einen Reburf. Ach so. Also, Reburf ist immer teuer. Wir müssen ja nicht mal in den Reburf-Shop gehen. Okay, jetzt werden wir nochmal reburfen. Okay, wir bekommen für jeden Reburf-Gems. Okay, ich verstehe. Hier, Collect. Alter, die arbeiten ja kaum für mich. Ich kann es hier nicht irgendwie... Upgrade Speed. Upgrade Klicks. Ähm, okay. Eine Million Klicks kostet das. Upgrade das hier. Äh, 50 Klicks. Wir gehen, oder nicht? Geht das nicht? Ein Klick plus... Kostet 50 Klicks. Das habe ich doch, oder nicht? Wieso kann ich das nicht holen? Ich habe heute wirklich keine Ahnung, oder, Leute? Okay, der nächste Reburf 15.000 für den nächsten Reburf. Ich verstehe schon. Okay, dann werden wir das auf jeden Fall tun, Leute. Äh, kann ich hier ein Ei kaufen, oder? Ne, 75.000. Lass uns noch ein Ei hier holen, auf jeden Fall. Lass mal sehen, was wir bekommen werden. Es geht ja automatisch. Was ziemlich ist, auf jeden Fall. Oh, wir haben hier Leute. Die sind auch noch hier. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Eine Katze haben wir diese bekommen. Ich meine... Ja, ich finde Babykatsen schon ziemlich süß, auf jeden Fall. Nur, ich finde es echt schade, dass man nicht sieht, was genau die machen. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber muss man erst mal mit leben, Leute. So, 20.000 Klicks brauche ich für das nächste Reburf. Und dann bekommen wir immer mehr Geld. Und dann können wir an verschiedenen Stellen gehen. Und ein Schaden. Vielleicht können wir jetzt sogar was verzaubern. Vielleicht können wir Tierchen verzaubern, Leute. Wir werden es jetzt sehen. Lass mal sehen. Ähm... Was können wir hier tun? 15.000 Gems brauchen wir dafür. Ich verstehe. Okay, das... Warte mal, geht es nicht? 15.000... Leute, das ist unglaublich. Hä? Wieso man da bitte so viel bekommen? Ich habe Bord, würde ich keine Ahnung gerade. Wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ja. Eine Million brauchen wir dafür. Ich meine, früher oder später wird es ja gehen. Okay, lassen wir kurz sehen, ob wir noch was im Shop holen können, Leute. Womit es noch schneller geht. Plus dreimal mehr Tierchen equipped. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Wie teuer. Wow, okay. Das geht eigentlich vom Preis. Schauen wir mal, Leute. Zweimal shiny. Allows you to make from three ordinary pets into two shiny pets. Also, wir können unser Tierchen in zwei shiny Tieren machen, was okay ist. Aber wir können zweimal mehr Gems holen, auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall ganz geil. Auf jeden Fall. 30 mehr Slots. Äh, für was sind die Slots? Für Inventar. Okay, aber ich weiß ja nicht genau, was im Inventar drin sein soll, ehrlich gesagt. Okay, wir bekommen auf jeden Fall immer mehr dazu. Es geht auf jeden Fall immer schneller. Machen wir mal fünf Rebirths, okay? Damit wir, ich werde bei 225.000. In der Zeit können wir theoretisch, kann ich, nee, es ist einfach, es, oh warte, wir können es einsammeln. Nur elf. Das ist aber nicht viel, ehrlich gesagt. Und das geht aus irgendeinem Grund nicht. Und ich weiß nicht wirklich, wieso. Oder warte mal. Ach so. Doch, es geht. Oh mein Gott. Also, es funktioniert tatsächlich. Und das sammelt, dann sammelt sich hier immer mehr, ne? Ich gehe mal davon aus, Leute. Ich bin mir aber selbst sicher. Ich glaube, das lohnt sich nicht allzu sehr, wenn ich ganz ehrlich bin, Leute. Okay, kann ich jetzt hier was verzaubern? Immer noch nicht. 15.000 Gems. Ja, ich denke mir so 15.000 Gems. So willst du mich verarschen. Wie soll ich bitte so viel bekommen? Es sei denn, ich könnte vielleicht... Oh, warte, eine Million Klicks. Das sollten wir aber wirklich bald bekommen, Leute. Eine Million Klicks sollte echt nicht das Problem sein, oder? 75.000 für das nächste Ei. Machen wir mal, Leute. So, das ist ein Apfel, Tomaten, Ananas, Ei. Okay. Wassermelone. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Dann lass mal sehen. Okay, wir haben aber... Ach, 17 steht hier. Plus 17. Dann lass uns einfach mal den Hund wegnehmen. Genau. Und die Wassermelone nehmen. Ah, vielleicht sieht man da dann. Ich glaube, das sind 17 Mal mehr Klicks. Uh, das wäre natürlich crazy, Leute. Das wäre so crazy. Holen wir gleich das nächste, Leute. Eigentlich können wir gleich zwei holen, oder? Geht das nicht? Zwei gleich automatisch oder zwei gleich hintereinander? Ich glaube nicht. Uh, okay. Interessant. Suchen wir natürlich noch einen, Leute. So, was bekommen wir jetzt? Okay, wir rebuffen auf jeden Fall sehr, sehr oft. Was sehr geil ist. Gefällt mir, Leute. Gefällt mir sehr gut. Wir können jetzt mal auf 10 Mal Rebirths hier machen, Leute. Ne, 15. Also bei einer Million werden wir nochmal rebuffen. Interessant. Okay, wir sammeln auf jeden Fall sehr gut Geld gerade. So, dann würde ich sagen, wir gucken nochmal nach, was wir noch bekommen können. Am besten zwei mehr von diesem Ei. Und das nächste Ei sind viel. Eine, eine, eine Zellion. Okay, das ist echt viel auf jeden Fall. Eine Zellion. Aber ich denke, das sollte früher oder später möglich sein. So, dann werden wir auf jeden Fall die Katze entfernen, den Hund entfernen und die zwei Äpfel nehmen. Auch wenn die nicht so gut sind wie die Melone. Ich meine, Melone sind ja auch... Ich würde nicht sagen, dass... Ich weiß nicht, ob Melonen besser sind als Äpfel. Aber ich muss sagen, ich habe letztens eine Mango das erste Mal probiert. Und ich liebe Mangos, Alter. Schmecken mega lecker. Also, wenn ihr noch nicht keine Mango probiert habt, dann kann ich euch das nur empfehlen. Und das können wir nicht holen, okay. Alter, warte mal. Können wir mehr haben jetzt? Ah, ich habe das geholt sogar, ne? Oh mein Gott, stimmt. Ich kann ja mehr haben. Wir haben jetzt vier von sechs. Okay, dann lasst mich mal mehr holen, Leute. Lasst mich deutlich mehr holen. Am besten holen wir gleich die drei. Ich habe nicht genug Klicks für drei, okay. Jetzt, okay, jetzt haben wir drei, Leute. Das ist perfekt. Dann können wir vielleicht etwas bekommen, was ein bisschen besser ist. Und das nächste Ei brauchen wir jetzt eine Leone. Und ja, wir bekommen das, okay. Dann equippe ich die mal. So, Melone. So, jetzt haben wir mehr. Und noch eine Melone, sechs. Perfekt, Leute. Das wäre mit zwei Millionen drei Äpfel. Ist ganz okay, würde ich sagen. Kann ich auf jeden Fall mit leben. Jetzt bekommen wir super viele, Alter. Das geht jetzt so schnell, ne? Warte mal. Lass mich mal kurz die nächste Welt holen, Leute. Alter, ich komme... Nein, ich schaffe es nicht mehr. Oh nein. Okay, wir sammeln aber eine Million ganz schnell. Eine Million Klicks, teleportiere dich dahin. Lass mal sehen, wo sind wir jetzt? Okay, 4,5 Millionen dafür. Dann lass mal hier runtergehen, Leute. Lass mal 50 machen, würde ich sagen. Und zwar brauchen wir 16 Millionen dafür. Ja, das sollte okay sein. Dann lass mal das hier holen, Leute. Das nächste Ei im Vulkan sehen wir nämlich, wie ihr sehen könnt. Was ziemlich eppisch auf jeden Fall aussieht. Und wir bekommen so ein Ding. Was auch immer du bist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber diese Eier zu holen lohnt sich sogar ziemlich. Muss man wirklich sagen, Leute. Ich glaube, ich sollte in der Lage sein, mir auch drei gleich zu holen, oder? Lass mal kurz drei holen. Geht das nicht? Komm schon. Musst du doch gehen, oder nicht? Nein? Okay, jetzt geht es auf jeden Fall deutlich schneller. Das kann man auf jeden Fall sagen. So, dann holen wir noch den hier. Und dann würde ich sagen, werde ich nochmal einen holen. Sollten wir nämlich sechs haben von den neuesten. Und jetzt bekomme ich immer denselben hier. Ich weiß nicht, ob es nur den hier gibt. Aber sieht irgendwie so ein bisschen danach aus, ne? Okay. Dann würde ich sagen, wir werden den jetzt erstmal alle anequipfen. Hier alle anequipfen. Weg, weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. 84, Leute. Jetzt wird die Party abgehen, Alter. Das wird... Hallo? Wieso geht es nicht? Das muss doch gehen, oder? So. Komm schon. Sechs. Jetzt haben wir sechs. Okay. Jetzt geht es so schnell, Leute. Wir können erstmal die Rebirth erhöhen auf 250. Okay. Das sollte ziemlich geil sein, Leute. Okay. Jetzt haben wir diese Dinger. Warte mal. Kann ich hier in Lava fallen? Ich weiß nicht. So ein Slots. Was ist das hier? Slots? Okay. Lass mal kurz... Ich kann nicht weiter rausholen, leider. Kann ich hier hochklettern? Oh mein Gott. Das geht sogar. Kann ich hier reinspringen? Okay. Ich laufe einfach auf Magma rum, Leute. Irgendwie sieht das episch aus. Kann man nicht anders sagen, Leute. Kennt ihr noch Cookie-Clicker, wo man auch so geklickt hat? Das war auf jeden Fall auch ein ziemlich spaßiges Spiel. Und ich liebe diese Autoclicker, ne? Das ist so geil, Leute. Das ist einfach so geil. Machen wir mal 100 Rebirths. Das sollte ein bisschen besser sein, Leute. Alle 100 Rebirths sollten wir... Ja, das sollte... Okay, machen wir wieder 250 Rebirths. Das geht sonst. Beziehungsweise wir können tatsächlich sogar 750 Rebirths machen, weil wir bekommen mittlerweile so schnell Geld. Das ist ja unnormal, Leute. Also, hier passiert leider nicht so viel. Wir können uns natürlich aus Spaß drei weitere Eier holen, um einfach zu gucken, ob wir was anderes bekommen, außer diesen Stein. Also, ich bin mir echt nicht sicher, ob es hier mehr als nicht... Ja! Lava Cube bekommen wir, aber ist der... Ja, kommt, sollte besser sein als der Stein, oder? Lava Cube 77. Also, er ist nicht besser als der Stein. Verstehe. Das ist natürlich eine ziemliche Enttäuschung. Und wenn wir nochmal drei Leute... Kann ich überhaupt... Oder ist mein Platz schon voll? Okay, ich... Ähm... Normalerweise... Ich hab nicht genug Klicks, ist klar. Komm schon, Bro. Ich hab definitiv genug, aber ich glaub, ich hab keine Slots mehr. Nee, ja. Ein Tierchen kann nur noch hier rein, okay. Das heißt, die anderen müssen wir leider einfach mal hier entfernen, weil wir die wirklich nicht brauchen mehr. Ist mir leid. Und auch diese Teile hier, die können wir entfernen. Und ebenfalls so ein Ding... Okay, so, da haben wir mehr Platz jetzt. Dann können wir gleich neue kaufen. Lassen wir kurz die Rebirths erhöhen auf 2000... Äh, warte mal. 10 Billionen. Okay, 10 Billionen klingt gut auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich hab jetzt nicht gesehen, was ich bekommen hab, Leute. Ich hab mich gerade auf die Rebirths fokussiert, aber... Gehen wir mal zu Atlantis. Auf jeden Fall eine Billion dafür. Wir haben genug Geld sogar. Okay, hier können wir das nächste Tierchen holen. Wow. Das sieht geil aus, Leute. Alter, sieht echt scharf aus hier. Das ist ein bisschen Schiff. Alter, das sieht echt cool aus, Leute. Was soll ich sagen? Hier gibt es sogar zwei Eier. Eins kostet 5 Billionen. Und dann lassen wir mal das kurz holen, Leute. Hier ist sogar ein Atlantis-Shop, okay. Double Gems. Nicht schlecht. Oktopus. Alter, Leute. Das ist crazy. So viel Gems, ne? Ach, wir haben sogar jetzt so viel Gems. Nicht schlecht, Leute. Dann holen wir mal das Ei für 5 Billionen. Und wir bekommen... Was genau? Wir bekommen einen Eimer. Okay, natürlich wollte ich einen Eimer haben im Leben. 100%ig. Wer will das bitte nicht? Auf jeden Fall. So 800. Alter, dieser Eimer ist ja mal so viel besser. Als die ganzen anderen Tierchen. Ja, unnormal. Aber, Leute, ich würde das Video vor euch mal schnell lassen. Wenn ihr noch eine weitere Folge dazu sehen wollt, lasst dann auch oben da. Abonnieren kostenlos. Und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye. Bis zum nächsten Mal.